Herzlich Willkommen zu Let's Play World of Tanks weiterhin mit Steiner und Björn. Richtig. Richtig. Und wir gehen gleich ins Geschiss. Und ihr spielt immer noch ohne Mod. Also immer noch derselbe Tag, wo das veröffentlicht worden ist. Neue Karte? Jawoll. Na super. Herzlich Willkommen an solche Gefechten, Leute. Schon wieder? Schämt euch World of Tanks. Schämt euch. Geiles Ballern, es wird ja mal schlimmer, wird das. Ja. Dreckspock. Piep 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 piep. Piep piep. Ich hab grad nen Hals. Klage, ich will meine Kone wieder haben, was ich investiert habe. Ey, so langsam ist Schluss, ey. Das Verarsche ist sowas für mich. Punkt. Wer ist das nicht mehr? Ja, aber dann wundern sie sich, warum die anderen nicht weiterspielen. Ja. Das ist ja zur Zeit das Manko. Warum spielen die Leute nicht weiter? Ja, ist doch logisch. Legen wir los. Wohin? Ja. Pfff. Was willst du damit? Ich bleib hier hinten am Bunker. Ich war links da oben, deck nur auf. Ich mach gar nix. Was? Also Leute, das ist... Das ist ein Scherz. Das ist wirklich... Ihr müsst einfach Geduld haben und einfach das durchziehen. Und dann habt ihr vielleicht Chancen, irgendwann zu den Zehnern zu kommen und... Das ganze Fadenkreuz, ne? Das ist nicht flüssig. Das ist nur am Hacken. Nur hack, hack, hack. Ne, das hab ich eigentlich nicht. Volle Lotte. Hast du ja wenig Frames? Ich hab 61. 60. Schnitt. Jetzt mach mal V-Sync aus. Oh Scheiße, was ist das? Mach mal virtuelle Synkoration aus. Sag mal so, wenn die Konkurrenz dann... Oder der Mitbewerber auf den Markt kommen wird. Ja. Wir wissen ja schon, was wir machen. Dann sieht das für World of Tanks ganz böse aus. Meinst du? Ja. Wenn du Videos anguckst und was da so abgeht. Grafisch, technisch, egal was. Von den ganzen... Physik her und sowas. So ganz was anderes. Bei eigenes läuft es nach Aussage... Weil es wird ja hier nicht besser. Es wird ja immer schlechter, hab ich das Gefühl. Nach jedem Patch langsam. Was jetzt das Balance angeht und so weiter. Wann kommt denn denn das? Am Arm. Mal gucken. Die sind ja in der Beta-Phase da. Irgendwas war doch da. Fakt ist, da werden wir ja vorhin auch einsteigen. Und da sind wir nämlich alle. Im Grunde genommen. Von Anfang an auf den neuesten Stand. Das ist nämlich das geilste. Also alle Spiele hier. Ja, aber ist Open Beta oder nur für bestimmte Leute? Ne, Open Beta ist glaube ich hinzu. Unten kommt was. Kritischer Treffer. Natürlich wird nur wieder einen kritischen Treffer gemacht. So einen. Kann den nicht anpeilen. Warum? Da ist er. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt, Mama. Wir haben sie nicht mal angekratzt, Mama. Wir haben sie nicht mal angekratzt, Mama. Mutti. Er ist abgeprallt. Das muss wehtun. Drei Schaden habe ich gemacht. Ja, hab ich gerade gesehen. Wie geil ist das denn? Hast du das Pausenschutz rausgeschossen oder was? Ich habe Kette runtergeschossen. Oder was hast du gemacht? Das muss wehtun. Keine Ahnung. Ich lad wieder die normale Munition. Ich hab die andere... So sind wir normal. Immer rein da. Versuchen. Na, ich hab ja versucht die Kette abzuschießen damit. Das hat ja auch geklappt. Der letzte. Der letzte Schuss wieder geht nicht durch. Genau dieselbe Stelle geschossen. Die sind so hohl. Es ist... Keine Ahnung. Der hat sich ja nicht mal bewegt. Der stand ja genauso wie vorher. So, aber bleiben wir hier oder... Ach, da ist noch einer. Sag doch was, Steiner. Wir haben ihn auch gerade erst anvisiert. Sehr schön, siehste. Hab ich gekriegt? Nee. Der andere. Aber egal. Tod ist Tod. Drei Schaden gemacht. Den Elfprozenter, den kriegt man nicht. Der steht... Ich sag ja, drei Schaden. Hast du in das Pausenbrot aus der Hand geschossen oder hast? Pausenbrot, genau! Das Pausenbrot. Oh, wie episch, Alter. Oh. Oh. 6-1. Aber es wird mal ein Sieg, Leute. Es wird ein Sieg. Naja, abwarten. Jörg, muss die beiden erstmal wegholen. Naja, ich bin ganz an der Ecke. Na, ich bleib da. Ja, vor dir steht ja auch noch einer. Was ist das? Der jetzt vorfährt? Ist auch ein TD. Naja. Steiner. Steiner, wenn du vorfährst oder so, red ein bisschen mehr mit mir. Äh, vorfahren. Ich hab wieder nichts mitgekriegt. Ich war gerade wieder voll konzentriert hier auf... Den Brille, Mann. Ich hab nur noch sieben Granaten. Sonst nur noch... Reicht doch. Reicht zum Sterben. Bei Konzern sieben Granaten. Hat man nur so wenig Munition bei dem Ding? Naja, ich hab ein bisschen großzügiger verteilt. Achso. Nimmst du auch jetzt Gold-Money mit, oder was? Beinahe. Nimmst du auch Gold-Money mit? Ne, aus Prinzip nicht. Ich denk mal, ich werd erst so Gold-Money greifen, wenn ich wirklich große Panzer spiele. Aber ansonsten, nö. Nein. Hier steht einer schön AFK, den kannst du auch noch mit wegsamen hier. Ja, ich komm da wo nicht ran. Absamen. Reinsamen sozusagen. Ah, jetzt bin ich weg. Siebenneunzig Schaden. Das ist doch eine Lachnummer, oder? Selbe Stelle geschossen, keinen Schaden gemacht. Siebenundachtzig Schaden. Der andere hat mich getroffen. Oh, der T29, der will's wissen. Der kommt nicht jetzt abholen. Der hat 75% leben da. Der steht da auch beim Kreis. Da steht noch einer. Achso. Ach, hinten. Ja, da hinten, da hab ich grad. Ja, da irgendwo, genau. Der fährt auch rüber, ne? Ja. Warte, lass uns mal ein Stück vorwagen. Na, der T29 ist auch noch irgendwo da. Aber ich fahr hier keinen Meter mehr. Ich hab nur noch 55 EP. Uhhh. Mal lieber über Sandsäcke. Genau, mach die Sandsäcke platt. Überlegen, ob ich da wirklich vorfahre bei dem einen da. Hinten reinfahre. Mal gucken, ob ich da ankomme. Na, da haben sie schon weg. Sehr gut. Dann locke ich sie mal raus, ne? Ja, ich geh auch cap'n. Ah, hier rechts steht nämlich einer. Da kommt er schon. Die S und der T29 kommen beide. Was, ein Jagdtiger? Ne, ne. Die S und T19. Ah, und da hat er mich. Ich hab noch aufgespottet für euch. Sehr Schläger. Wenn nicht. Da kommen sie jetzt. Oh, jetzt lassen sie auch noch. Guck mal an, wie knapp das jetzt schon wieder wird. Das kann doch nicht wahr sein. Wo stehst du denn da? Im Haus. Bloß versteckt bleiben jetzt. Ahne wieder Böses. Oh, das leckt ein bisschen bei mir. Ich weiß nicht, was das hier ist. Äh, ich denke, der IS kommt und dann noch der T29. Aber das war's. Na, da kommt er gerade. Die IS kommt. Vorsicht. Ich mach gar nichts. Ich bleib hier einfach stehen. Bleib du da stehen, ja. IS ist da. Vielleicht gewinnen wir es so. Die Tiger kommt, aber... 93, 96. Nein! 96, 98, 100. Ich fahr extra zurück. Ich fahr extra zurück. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Drück ich noch eine rein. Schade. Aber Sieg. Sieg. Genau so muss es gehen. Guck da mal zu. So muss es gehen. Und nicht rausfahren, hin und her fahren und keine Ahnung machen. Oh, ich hab sogar ein Abzeichen gekriegt. Überlebungsinstab... Dritte Knopfe. 847 CT. Überlebensabzeichen, ja. Überlegenheitsabzeichen. Mein Gott, ich kann's auch nicht mehr aufsprechen. Überlebungsabzeichen, Soldat! Richtig. So. Ja, wieder in dem Deutschen würde ich sagen. Schade. Schade. Er wird die Statistik nicht vorlesen. Achso. Äh, stimmt. Er macht immer noch... Themauswertung. Wir fangen einfach um bei Steiner an. Natürlich. Steiner hat Schüsse 13 abgegeben. Direkte Treffer 12. Wirkungstreffer 11. 929 Schaden. Donnerwetter. Also Hillcat macht echt Schaden, ne? Mhm. Fick die Henne, Alter. Wenn sie durchkommt. Dann Björn hat 15 Schüsse abgegeben. Sechs direkte Treffer. Drei Wirkungstreffer. 259 Schaden. Dann komme ich mit 15 Schüsse abgegeben. Zehn direkte Treffer. Zehn, Leute. Also so schlecht ziele ich gar nicht. Aber nur vier Wirkungstreffer. 187 Schaden. Das war der tolle Treffer auch mit drei. Ja. 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 Also aber man sieht, Steiner von der Statistik her treffe ich ja nicht schlecht. Aber ich komme einfach nie durch. Das ist das Problem. Ne? Mit dieser asozialen Schleuder. So. Richtig. Ins Geschiss. Ich hoffe, dass das beim nächsten besser ist. Ich weiß ja nicht. Björn hat den schon gespielt. Björn, gehen da die Schüsse durch oder... Naja. Alles klar. Naja. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Diplomatisch ausgedrückt. Äh... Warte mal. Oh. Also du hast mal... Du hast mal ein paar Abpraller. Oh. KV4. Jetzt wird's... Also jetzt... Ich bleib erstmal zu Hause. Nö. Ich bleib erstmal zu Hause. Ne, Steiner. Wir machen das so wie vorhin. Können wir uns hier nicht auch irgendwo so vercampen wie vorhin? Dass wir erstmal die anderen machen lassen? Irgendwas vercampen? Haben sie eine Artillerie dabei? Ja. Weißt du, dass wir uns wieder so wie vorhin ein bisschen zurückhalten, erstmal die anderen machen lassen und dann... Sowieso. Bleiben wir hier oben. Mal sehen was hinten da langkommt. Auf der 1er, 2er Linie dann da. Also zur 2er Linie fahren? Oder hier bleiben? Ne, da drüber. Wir fahren rüber und bleiben grad. Das ist ein schöner Berg. Da können wir schön hinter stehen bleiben erstmal. Okay. Weil irgendeiner muss ja da ohnehin hinfahren. Die Schweren sollen in die Stadt oder was. Ich will hinfahren. Egal. Ich folge euch. Kriegen sie wahrscheinlich ohnehin nicht gebacken. Da kommt meistens dann immer ein oder zwei große. Kommen dann mal rüber. Aber das war's. Ja. Bin sicher. Kannst du durchbrezeln. Ganz am Rand. Ich denke schon. Oh. Ihr guckt das Gras durch, dann passt das. Ach, ich fahr so durch, ob jetzt nicht geht. Ja. Zack. Durchgeflogen. Was? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Weil mit manchen Panzern hast du einfach Probleme. Du bleibst da dran stehen, willst ein Stück hochfahren, um zu gucken. Und der braucht erst mal 30 Stunden, um diesen kleinen Hügel hochzukommen. Ja, haben wir doch hier schon. Da geht's schon los, meine Kameraden. So, denk an die Artie. Also hier hinten schön stehen. Oh, ich hab schon einen gekriegt. Oh, da kommt was los. Schon hinten. Wir sind bewegungsunfähig. Kann mich nicht bewegen. Abgeprallt. Hier, der fährt mich tot. Das war's. Das ist so geil. Oh, ich hab 103 Schaden gemacht. Nein, das war ich gar nicht. Sag mal, ihr ganzen Spaten. Die Spatenkinder, die da hinten langfahren. Die schnallen's nicht. Oh, ich hab dreimal drauf geschossen. Dreimal Schaden gemacht. Ich bin der Held, Leute. Ja, wir gehen gleich wieder raus, Leute. Und regen uns gar nicht auf. Nö, bringt ja nix. Und sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Runde. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.